Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Walking Dead. Wir haben Clementine wiedergefunden. Und jetzt schon mal weiter. Ganz schön groß geworden, die Kleine, ne? Geh zu der Garten! Geh zu gehen, sie öffnen sie! Hey, open up! Ich kann nicht die Garten öffnen, bis du sie auslösenst. Ich kann es nicht riskieren. Kleine Zeit, ich komme hier nicht rüber. Wo ist die Maus? Oh Mann. Dies ist so scheiße gemacht. Get your ass inside! Come on, now! Whoa! God effing damn it, Francine. One of these days, those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Ja, und wenn das Tag kommt, Tripp, ich versuche, ich werde dich erst essen. Es ist Clementine, richtig? Du bist ein bisschen zu sein? Nein. Als die Walkers passen, ich ziehe diesen Mann zu einem Schwerpunkt auf der Straße. Meine Familie könnte da sein, da zu einem sehr schlechten Mann. Jetzt müsst ihr wieder gehen, oder? Du hast mich? Es ist zu viel passiert, außerhalb der Wallen, heute Abend. Wir werden cool. Wir brauchen nur ein Ort, um die Hörd zu fahren, das alles. Alles klar. Ich werde dich auf das. Und ich würde nicht empfehlen, dich zu ändern, wenn du dich auf alle deine Teile, das ist. Jetzt geht's, ich habe nichts zu machen. Well, willkommen zu Prescott. Die Leute, auf der anderen Seite, sind sie nicht meine Lieblingsbeziehung. Ich bin immer in und aus so schnell wie ich kann, aber nicht genau eine Option diese Zeit. Hey, was ist das Problem? Du hast eine Art Geschichte hier, die ich sollte wissen? Nicht wirklich. Ich habe nur, ich weiß, was die Leute sind zu können. Hey, Javi. Was ist, was ist das? Meine Familie. Sie sind noch da draußen. Ich bin in der Mitte der all das. Wenn Sie das so lange gemacht haben, ich bin sicher, Sie wissen, was zu machen. Hoffentlich. Let's go, this way. I gotta see a guy about some bullets. Clement, ich bin ganz schön keck geworden hier. Boah, ist das weit zurück. Okay. Also, die Verzögerung zur Twitch ist echt krass, man. Das sind mindestens fünf, vier Minuten. Irgendwas stimmt heute wieder mal oder wieder gar nicht. Pac-Man? Nee. Ich weiß nicht, woher sie gefunden haben, diese alte Sache. Ich habe nicht gesehen, eine dieser in Jahren gesehen. Chess. Nicht wirklich mein Spiel. Ich glaube, Gabe hat sich gemacht, aber. Ja, hol dir was zu trinken. Lass dir schmecken. Ich weiß nicht, was du wiederholst. Oh, du wiederholst. Hm. Du hast ein paar moves, ich gebe dir das. Hold on a minute. Ich weiß nicht, du bist von irgendwoher? Ich weiß nicht. Vielleicht. García. Javier García. Was es wert ist, ich glaube, du bist auf die Gäblin'in. Das ist eine Lifetime-Band. Shit. Ich sollte eine 20-jährige Karriere haben. Wie ich sehe es. Nichts wrong mit Betten auf dich selbst zu gewinnen. Und das hat eine Lifetime-Band? Du willst ein Autograf oder was? Wenn ich ein Baseball hatte, würde ich dich aufwarten. Aber ich bin aus. Ich bin Conrad. Das hier ist Francine. Er ist der Ort? Ich nehme seine Geld. Ja, vielleicht bin ich nur zu lassen. Oh, eigentlich. Wenn du die Gäblin'in-Band? Games, Poker. 5-Card stud. Erraten. Was denkst du? Ich sage, oder ich sage? Hm. Ich bin nicht zu entzündet. Ich verhüßt mehr oft, als ich will, zu sagen. All es braucht, ist eine gute Hand. Er ist blöffend. Er hat bullshit geschrieben, all of er. Ha, ha, ha. Ist das ein Fakt? All right. Ich denke, ich höre den Mann. Ich sage. Moment of truth. Flipp ihn. Oh, mein. Ain't that a pretty sight? Was hat er? Gut looking hand there. But not good looking enough. God damn it. Shit, sorry. And thanks for playing. Let me get you a drink for the assist. All in the house. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist die Weak-Stuff. Das ist gut. Ich spreche von dir. Ich spreche von dir. Ich spreche von dir. Hey, was ist der Punkt in zu sprechen? Wenn ich bereits gesagt habe, ein Deal ist ein Deal. Und es ist DONE. Was ist passiert? Was ist passiert? Das Mann hat mich auf. Ich habe ihn mit einem Kraten von perfekt guter Batterien. Und er hat mir ein Boxen von Bullets, die nicht fangen. Er könnte uns beide getrennt. Oh, ja? And who the fuck are you? A bodyguard or something? Because I don't scare easy. All right? And I don't respond to threats, neither. She doesn't need a bodyguard. She can take care of herself. Believe me. Well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey. Clem, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. I could have died because of his bullets. Un-fucking-believable. Look out! Hey, Vixxer. Hey, listen. Let's all cool down, huh? You were acting crazy. I was too. We just... got a little out of hand. That's all. Just give me what I'm owed. Jesus. You gotta get her under control, man. This ain't no way to do business. We had a deal. All right. Hey, okay. All right. So, hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Oh, no. Oh, no. Drop the gun. Right now. Say he attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you! Eli attacked him. I only shot because... Shut it! You've done enough talking. Did he die? Drop it. There's a herd out there and you're firing off a fucking... What the fuck happened here? He attacked Javi, okay? It was self-defense. Enough from you. Does she really have to shoot? Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun, and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with it. Oh, hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. You got some nerve coming in and you fucking up my bar. Bist wieder da, ja, servusen. Tja, wir haben gerade über den Haufen geballert. Siehst du ja gerade. Hey. Thanks for having my back at the corner. Aber zur Zeit ist Kohle knapp. Das war cool mit dir. Ich war nicht sicher, dass ich da für eine Minute war. Natürlich. Anytime. Ich meine, du und ich sind jetzt Team. Ich meine es. Nur, ich glaube nicht, dass das uns Freunde macht oder nichts. Hallo? Und Eleanor. Ich werde den gleichen Polen machen können. Wo mein Boot sitzt. Das ist mein zweiter. Trip sort of overdoes it sometimes. I hate that I'm treating you in a cage. Like you're some feral animal. Javier. Pleasure's all mine. Is it now? Now. Let's see about that wound. Yeah, he got you good. Try to hold still. Oh, ja. And she's in a cut. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks equal bad behavior or something. I've never understood it. Oh, I'm not a troublemaker. No trouble sees me and runs the other way. That explains why Trip locked you up for the night. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking. What did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? That guy had it coming. Believe me. Karma, justice, you call it whatever you want. Fuck that bastard. Hey, okay. If you say so. Best thing is probably for you two to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's... If there's anything I can do to help. Not that I have much to offer you, but... I know a thing or two about losing family. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been... pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Eleanor is talking... Then, uh... All right. Here's what we're gonna do. Shelby, Eleanor. I'm driving you to that junkyard myself. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms, and on my timeline. You got me? Nah, no way. I need to get back on the road ASAP. Javier, I'm not negotiating here. I need to get back on the road ASAP. Tripp, it doesn't seem right to wait. Javier's people, they can need a medic. Nah, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Hm, will er sich rauslassen? Will er sich rauslassen? Look, maybe there's another way. We've got a rear gate, down at the other end of the airfield. We don't use that much, but... Well, we can leave tonight. Ja, geh mal. Slip past the herd, get a jumpstart on reaching that junkyard. If your family does need help, I'll be right there to give it. What? Seriously? When you do that for me... It's just... It's the right thing to do. Anyway, think about it. I've got to check on some patients, but I'll be back in an hour. You know, I never would have guessed she had it in her. Yeah. She's... She's something. The thing is, and maybe this sounds weird, but I still trust Tripp more than I trust her. We're leaving tonight with Eleanor. If it gets us there, even a minute sooner, it's worth it. All right. I'm in. Jawohl. When I met you, I thought you'd just be another asshole like everyone else. And to think that when we first met you, you nearly blew my head off. Fällt mir richtig gut, auch wenn's nur so die Geschichte stories. Und ich oft sterbe. Zu blöd bin für QuickTime. Sounds like Eleanor will be a little while. Maybe we should get a few Winks. Good idea. I'm exhausted. I'll get the lamp. Strom sparen. Und ich schlafe am Boden. Ich bin ein Gentleman. Ob sie wirklich schlafen kann, die Clam. Wo bin ich jetzt? Was macht das kleine Kind hier? Ach, das ist der, der, der AJ. Caddy. Was ist denn das für ein Schnitt hier? Ach, das träumt sie, oder was? All right. Der groß geworden, der AJ. He's cold. Only makes sense to head for Florida sooner than later. Leave all this snow behind, right? Be like summer every day. Hell, I'm gonna have to find me some shorts. Yeah, no kidding. It's freezing outside. The sooner the better, for sure. No more winters ever again, Clam. I'll teach AJ to fish. How to swim. We'll watch the sunrise every morning. All three of us. But we ain't getting nowhere doing 25 miles an hour. Shift her into third. Let's get her really cooking. Well, there you go, Clam. Time we get to Florida, you'll be a better driver than me. Mit 40 im zweiten Gang. Oh, really? Proud of you, Clam. Yeah. I like this. Driving is fun. Where's your blanket, Goofball? I swear this kid never makes a peep. Who knows how long he's gone without a blanket? A duck was gabbing a mile a minute at his age. Wasn't full sentences, but... It was something. I think there's something wrong with him. Shouldn't he be talking by now? Well, maybe. But let's give him a few more months before we start to worry, okay? Oh, crap! I got it! Turn the wheel! Don't! Oh, ich hab doch gedrückt. Oh, kommen sie wieder. Kenny wird doch nicht sterben. Oh, wo ist Kenny? Oh, nein. Oh, nein. Warum ist er denn nicht angeschnallt, die Saftgurke? Du bist alive! Danke Gott! Ist er, AJ, okay? Der stimmt, ja. Da hast du recht. Da könnte ich auch nicht ruhig schlafen, wenn man das alles mitgemacht hätte, wie sie. Komm schon, Kenny. Komm schon, Kenny. Du bist so hart im Nehmen, dass du gerade fest... Oh, nein. Oh, nein. Ich fühle nichts. Oh, das ist gut. Oh, Clem. Ich fühle nichts. Oh, scheiße. Er hat sich... Ich kann dich in den Auto kommen. Ich kann dich in den Auto kommen. Scheiße. Nein. Das kann nicht funktionieren, Clem. Hey, hey! Bleib von ihm! Gut, kommen aber echt viele. Jetzt ist er ja auch tot. Das gibt's doch nicht. Hey! Dipschitz! Komm und geh es! Oh, Mann. AJ! Komm schon! Jetzt ist er auch schon wieder tot. Was ist denn da los in dem Spiel, he? Sonn's up. Tripp's probably mad as hell by now. Was denkst du, er wird dir das machen? Oh, nichts. Er wird mich ein bisschen schreit. Tripp und ich, wir sind immer eine Sache. Das war für fünf Minuten, und es fizzelt schnell. Aber er hat sich nie wirklich überrascht. Nicht, dass er es witzig ist, oder was. Relationships können sehr schnell verändern, und sie sind immer nicht kompliziert. Sieht aus, dass du etwas auf deinem Kopf hast. Oder jemanden. Das sieht nicht gut aus. Der Zaun ist eingerissen. Zombies. Der Van ist weg, oder? Kate ist gut in einer Krise. Sie will wissen, wie zu Schutz bekommen. Was ist das? Mit Ton sogar. Schwungton. Was ist das hier noch? Hier ist was Auge. Mehr kann ich nicht tun. Gehen kann ich auch nicht. Ich kann nur quasi hier. Was, Gott, damn it. Ja, und du? Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht zu schnell gefahren. Der Reifen ist geplatzt. Ich war total unschuldig. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ah, hier. Marianas Tape-Player. Mariana? Wie ich schreie. Mariana, sind Sie hier? Psch, 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 psch. Javi. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du bist sicher. Ich kann nicht glauben. Du hast mir gesagt, wo zu schlafen. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Du dich in und nicht rauskriegst. Nicht mal, wenn es so ist. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, wie auf eine Lübe. Ich weiß nicht, wie lange ich da war. Dann habe ich deine Worte gehört. Ich bin so sorry, dass ich dich hinterlassen habe. Ich habe versucht, hier zu zurück. Ich habe hier die ganze Zeit. Du musst dich nicht so sorry. Du sagst, dass du zurückkriegst, und du das gemacht hast. Kate und dein Bruder, woher sind sie? We got pulled apart when that huge bunch of Muertos showed up. Kate yelled that they were going to try to make it back to the van. Then that's where we're headed. Let's go get your brother back, sweetie. Oh, no. Da ist der Van. Ach, der sieht übel aus. No. No sign of them. They must have seen it like this, then gone someplace else to hide. Kate. They're trapped in there. Mariana, stay back. Wait. Nobody shoots. He's right. We fired the truck. We might hit them. Jawohl. Jetzt geht's ab. Und doch hoch. Wo ist der Bruder? Hey, hey, hey. It's okay. I got you. You happy to see me? Gross. Come on. I think we get a pass. Okay, alle am Leben. It's her, aber Kenny's wieder mal. Kenny's tot vandern. I thought we were dead. Like, never gonna see you again dead. We only had a couple bullets left. I thought we were done for. You're still alive, aren't you? So is Kate. So is Mari. That's all that matters. I was just so scared. I'm here now. You don't have to be scared. Hey. You hurt yourself. You must have scraped it in the truck. I didn't even notice. Hey. At least it's not a bite. Eleanor. Think you can take a look? It's okay. I'm a doctor. I'll clean it here, then patch you up back home. See? Better already. Ready or not? We should be getting back. Don't want to push her luck. Who's the kid with the gun? Does she have a name you want to share with us? Or are you going to make me do my own introductions? Clementine's a friend. Hi there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. They, uh... It's where the dogs are first of all. Oh my God. Javi, do they have hot water? Even like Luke Warmwater would be okay. Ah, and Bubblebath. Wouldn't Bubblebath be amazing? I think so. Right, Eleanor? Of course we have hot water. Why not cavemen? I thought you'd been to this place. I have. I just... I didn't have much time to relax in my Jacuzzi suite. You know? You look happy. I am. Search and rescue missions don't usually end so well. Alive and healthy. Sort of incredible. I... Wasn't expecting this. Believe me. To have my family back together again, it's... I'm just... Happy for you as all. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. You couldn't have known what happened to your van, but still... I need some way out of here. I don't think it's the easiest thing to find, but... Cool. Cool. Thanks. Ah! What's so dastard that she's still meeting in the Kopf? I don't think so, did you... Haha, I don't think so. Javi! We can't leave her! Oh! Oh, God, he... Kate! Stop! Stop! Javi, help me! Wo ist er? Okay, das sehen wir in der nächsten Folge. Ey, ich bin nur am sterben in dem Scheiß-Game. Ohne Schmarrn. Ciao, euer Hopfi. Ciao, euer Hopfi.